Onkel Po, das ist unsere nächste Mission. Ich habe euch ja versprochen, die machen wir jetzt und was ich verspreche, halte ich natürlich auch. Im Regen sind wir jetzt wieder und machen jetzt die Onkel Po Mission. Ist wieder eine Hauptmission, also wird diese Folge jetzt hier hoffentlich nicht allzu langweilig werden. Aber bevor wieder irgendetwas Schlimmes passiert, Leute, werde ich nochmal schnell speichern auf der Reihe. Und ja, ihr kennt ja das Spielchen, schmiert ja oft mal ab mein Spiel hier und darauf habe ich keine Lust, da ich jetzt schon drei Folgen aufgenommen habe und das dann alles nochmal ein bisschen wiederholen. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Nein. Ich wollte eigentlich nur bremsen. Sorry, ist nichts passiert. Gehen Sie weiter. Gut, also man merkt schon, das stört sich ziemlich behäbig im Regen. Das ist auch unsere erste Folge jetzt im Regen. Raum ab. Taxi. Ich hasse Taxi. Okay, das ist nochmal auch schon. Und die nächste Hauptmission heißt Onkel Po. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, wir dürfen natürlich wieder mit. Wir sind ja hier VIP. Und so. Ne? Okay, ich darf fahren, denke ich mal. Vincent zu Onkel Po fahren. Ja, ich bin mal. Ja, wir sind auf die Leute falsch, Wayne. Na, zumindest haben wir C.U.A. live. Ja, das ist doch nur was wir uns vervetet. Ich werde das Bunker Po, ab und das tun. Das ist doch nicht fair, ihr wisst. Schau dir, was ich verbaut. Das Night Market, alles in North Point, wirklich. Das Dahlgüchner wird gelieb. Was habe ich gesagt, was ich tun, was ich tun? Hahnliwa, I beten, was ich? Just what you did, but you can't back down from that asshole you and him got history, huh? Well, me too Oh, it's like a funny question Anything, anything happens to me. You look after our people, okay? We're family. Family has to stick together. Duke, Conroy, they're good guys, but they're not gonna be leaders. I know Conroy gives you shit, but you've proven yourself now. And they'll see it. Neither if he doesn't want to admit it. Do me a favor Look after Peggy and my mom too This can be rough business But one thing we got going for us is each other Brothers, you know I know people use that word a lot But it means something to me And it should to you too Not just that we're a son on ye True brothers But We look after each other And we look after the people we love Okay, Winston See why I told me he really works for big smiley, not dog eyes I keep hearing his name Big smiley is back in dog eyes, sure That's where he gets the balls to come after me Lee has a lot of power Along with drugs He's into prostitution Porn Even sells women across the border into the rest of Asia Whole thing is run like an industry Very sleazy Big money Winston We can't just walk in there Not if it's as bad as you say We don't have a lot of choice It's the way it's done, Wei Besides, you can't hide from Uncle Paul If you want you dead You're dead And I'd rather see it coming, you know You should be okay But if I get my ass shot Do not do anything stupid, you hear me Okay Of course not Fuck off, John Hey, Winston What's wrong? You look a little pale, man That dog guy tells me you've been throwing your weight around What happened? You guys used to be tight as shit Is he here? Nah, he left a while ago Without a scratch Doesn't boat so well for the other parties involved Go right in Have fun Okay, I'm the person, my friend Oh, Uncle Paul Uncle Paul Ah, Winston Come in Sit down Have some tea And you, young man, must be Wei Winston speaks very highly of you Winston has been a good friend to me I've tried to do right by him I like the way you think That's the attitude that makes us strong Loyalty Discretion Used to be more common Winston says you're the one who made sure Siobwa was not arrested Hm, no, it was Winston's idea He had to assert himself Assert his position But he didn't want to inconvenience you in the process Did he now? In any case, you did well I want to show you my gratitude Uncle Paul, there's really no need Don't argue with me Do you know Roland Hull? Do you know Roland Hull? He has a business collecting debts The other day he told me that he could use some help It's quite lucrative, you know Tell him I sent you Winston won't mind in the slightest Will you? Thank you Uncle Winston, Winston, Winston Relax I know you were provoked What's going on now? What's going on? What's going on? What's going on now? Vincent can be quiet Why's the guy who's going on? Why's the guy who has left He's going on now? in der Nachtmarkt, gib mir einen Telefon. Es gibt mehr zu diesem Geschäft, als starken Arme-Streetbender. Ricky, dein Name ist Ricky, oder? Ich empfehle den Offen. Lass mich darüber nachdenken, und ich komme zurück zu dir. In Auto einsteigen, das ist klar. Mit Winstons Kache vor mir, jetzt? Was war das denn? Ich muss mich mit Roland treffen. Oh, Anruf von Winston. Ja. Ich erzähle dir, es ist leichter, ein Redpoel zu sein, als eine Gruppe zu sein. Jetzt stopp bei dem Restaurant, wenn du da fertig bist, ok? Got it. Das ist klar, mit Roland zu treffen. Ja, das ist auch. Ja, Suck. Hey, Roland Ho? Wer fragt? Mein Name ist Wei-Shen. Ah, Wei. Du hast Freunde in high places, mein Junge. Ich höre, dass du und Winstons haben Probleme gemacht, mit Dog-Eyes. Dog-Eyes hat mich gefragt, für Probleme. Ich erinnere mich, als ich wie du, immer nach einem Kampf, bereit zu töten, jemanden, der so viel nach mir schaut. Hier ist ein Tipp für dich, Kind. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wer die anderen werden euch verletzen. Hierarchie ist das einzige grundenteilig. Keine Ahnung. Immer mit, immer mit, immer mit. Vielen Dank. Danke für die��igungen, Oldtimer. Also, Ähm. Wann kann ich arbeiten? Okay, big man, Ich kann ihn auch einfach zusammenschlagen. Das ist nicht das Problem. Okay, dann treiben wir auch mal ein bisschen Schulden ein. Da müssen wir hin. Scheiße, die Ausfahrt verpasst. Das sieht nicht gut aus. Scheiße Pestis Begleiter aus. Kacke. Na ja, meine Freunde. Ist zwar Winzens Kacke hier. Wie schieße ich nochmal? So, okay. Ein bisschen doof gemacht. Da muss ich ja... Verkrüppeln meine Hände. Komm her. Komm her. Okay, jetzt tun wir heute mal meine Hände. Pestis oder wie der heißt. Da sind ja noch mehr. Ich glaube, ich habe einen Zivilisten abgeknallt. Ich müsste auf den Tank schießen oder so. Oh, 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 fuck. Sorry. Ich gehe von hier aus nicht. Ich muss wahrscheinlich jetzt eine Karre stehlen oder so. Scheiße, was war das denn? Komm her ab. Nein, 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 nein. Was war denn jetzt? Warum wurde das Ding denn nicht grün? Ich habe das Ding. Ach so. Ich bin schon besser. Was ist das? Ich habe nichts gemacht. Das ist das Problem. Du alt ein Mannhaus aus dem Rollend-Hool-Hole. Musst du in die Zeit. Ich verze. Ich verzeuge. Ich habe nur damit, dass du mir werte. Ich meine, dass du das Geld hast. Ich bin nicht. Ich verzeuge. Oh, einfach rausgeschwissen. Sie hat einfach rausgeschwissen. Ich bin auch schon da, Mann. Ich bin schon da. Keine Panik hier. So, ja, Mann. Mission beendet. Mission abgeschlossen. Bisschen Triadenpunkte. Bisschen Kopfpunkte. Aber sonst nichts. Shen, wir müssen uns sofort treffen. Von Raymond. Okay. Das ist allerdings nicht mehr in dieser Folge. Oder kommt eine Zwischensequenz? Ja, natürlich. Okay. Okay. Das ist nicht mehr in der Lage. Ich bin. Ich bin. Dann füllen es, Raymond. Wie war das? Das wird nicht mehr in der Lage sein. Wie war das, Raymond? Wie war das? Was es braucht. Du weißt? Du weißt? Du weißt, was sie hinter der Desk, in der Regelbuchung, mit einem Stick auf deinem Arsch. Look, Raymond. Ich mache was muss. Nein. Du weißt. Du weißt, ich werde das. Ich werde das. Du weißt. Du weißt. Das festgelegte,yo. Du weißt. ofúngsig. ch. F 로. Prof. gut. Das glaubt von Phat IIIis past uns. Tun wir auf. Der Voritór理 sah ich auf den Schein. Der Vorit rankingst du mit dem fundamentally gemacht. Oder auch Schalmer. Es wird in meinem Report, und vielleicht diese Zeit du es leidst. Was ist das denn? Ein Hotelzimmer? Da werden wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall mal etwas umsehen. Bis dann!